Und, 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 gut, man kann in keinen Menschen reinsehen, muss man ja auch sagen, also, die können ja so relativ nett und lieb rüberkommen, aber wenn sie dann sowas machen, dann muss man halt da mit der vollen Härte durchgreifen und sagen, hey, Leute, ihr geht wieder zurück in euer Land, egal was euch dort erwartet. Das ist meines Erachtens, wäre das der Weg. Auch wenn die hier politisch verfolgt werden würden, auch wenn es nicht unbedingt unserer Rechtslinie entspricht, muss man da einfach mal sagen, nein. Die wissen dann vielleicht, hör, ich kann nicht abgeschoben werden, weil ich da einen bestimmten Hintergrund habe, weil da einfach mal zu viel Krieg ist oder Bürgerkrieg ist und ich muss, ähm, werd da nicht zurückgeschickt. Dann werden die einfach mal so brutal und können machen, was sie wollen, weil, um ehrlich zu sein, Gefängnis schreckt die nicht ab, muss man einfach mal so sagen. Das ist einfach mal so Friss oder Stirb, die muss man einfach mal, äh, ja, zurechtweisen, muss man ja schon fast sagen. Und wirklich einen nach dem anderen, der da so vorgeht, echt, echt nochmal, äh, zurückschicken. Um ehrlich zu sein, ich würde auch versuchen, ähm, Zivilcourage zu beweisen und, 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 und einfach, ja, den Leuten helfen, denen, ja, die da einfach mal, keine Ahnung, wieso, angegriffen, angepöbelt oder sonst sowas werden, Alter, wie das wieder ausgeht hier, geil, ähm, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass man zusammenhalten muss in der sozialen Gruppe, um ehrlich zu sein, es ist ja eine soziale Gruppe, es ist sozialmäßig anerkannt, äh, seinem Landsmännern, seinen Leuten zu helfen und da muss man einfach mal helfen, wenn da, ja, irgendjemand austickt, muss man ja schon förmlich sagen. Ah, schade, hier geht's nicht so geil aus, ähm, und, und, dann muss man einfach helfen. Ich weiß ja nicht, was ihr da von haltet, ob ihr da eher der seid, oh, ich mische mich lieber nicht ein, oder, oh, ich würde da genauso mit voll reingehen und da helfen und, um ehrlich zu sein, man kann beides verstehen, wenn man beides, also, für mich hat beides eine Genehmigung. Man hat ja auch den Selbsterhaltungstrieb, man will ja auch, ähm, aufpassen auf sich selber und ich finde es halt wirklich gut, dass er sich da jetzt, ja, dass er sich, äh, dass er den Einsatz da gemüht hat und wirklich versucht hat, der Frau zu helfen, hat er ja auch und, ja, es ging ihm halt dann ein bisschen, äh, oder es geht ihm halt jetzt ein bisschen schlecht, muss man ja auch zugeben, das ist ja auch nicht unbedingt das Schönste auf der Welt, wenn man dann, was weiß ich, im Krankenhaus liegt oder vielleicht sogar im Koma oder noch schlimmer tot ist, ist ja alles nicht unbedingt schön. Also, da kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, äh, das muss aber, nee, das, äh, muss jedem selber überlassen sein, ob er das macht, ob er, ob er da hilft oder nicht und ich kann halt alle, alle beiden, äh, ja, Ansichtspunkte verstehen und würde auch keinen verurteilen, der da nicht hilft, weil es einfach, ja, doch eine ziemliche Überbindung ist zwischen, äh, Selbsterhaltungstrieb und ich muss irgendwie helfen, also das ist so ein wirklicher Zwiespalt. Um ehrlich zu sein, wenn es dann wieder in die Situation kommt, kann man ja auch nicht hundertprozentig sagen, mache ich es jetzt wirklich so, wie ich es jetzt, äh, eigentlich immer vorher hatte, dass ich da wirklich helfe oder ziehe ich doch den Schwanz ein und lasse es bleiben, weil ich lieber, ähm, überlebe, weil zwei gegen ein ist immer relativ fies, nicht nur relativ, es ist fies und heimtückisch und einfach nur unterste Schublade, muss man ja auch sagen, man muss ja auch sagen, was ich halt auch krass fand, äh, er hat halt, äh, der, wie da niedergeschlagen wurde, was ich da jetzt denke, der hat jahrelang, äh, Kampfsport gemacht, aber trotzdem hat er es un-, nicht unbedingt damit gerechnet, dass jetzt da ein Schlag kommt, weil es so unvorhersehbar war, dass sie jetzt da zuschlagen und das ist dann schon, dann merkt man erstmal die Heimtücke, was da dahinter war und das ist natürlich dann auch nicht so geil, wenn es so heimtückisch passiert, so, jetzt muss ich noch ein paar Fackeln anbringen und dann renne ich heim zur Mami, dann geht es mir wieder gut, so, meine ganze Ausleuchtung hier, es ist natürlich schon schön, was ich hier ausleuchte, oder? Ja, so, sieht zwar alles städtemäßig super aus, aber hey, naja, das ist, es ist schon ein blödes Thema irgendwo, wieso gehen die Leute einfach mit solcher Härte ran aus nichts und wieder nichts? Ich verstehe es halt wirklich nicht, das muss ja nicht sein, es sind ja alle Menschen und, ja, man, man muss ja sagen, wenn man in deren Land so umgeht mit Frauen, dann sollten sie in ihrem Land bleiben und nicht unbedingt nach Deutschland kommen und sich dann denken, ja, ich mach das so, wie ich es in meinem Land gewohnt bin oder wie es in meinem Land üblich ist, weil das geht hier nicht, das ist hier nicht so, Ende. Wenn ich jetzt zum Beispiel auswandere, was weiß ich, nach Syrien oder sonst was, dann muss ich mich halt auch den Gepflogenheiten irgendwo anpassen und ich meinen Stiefel einfach so dahin ziehen. Klar, ich habe meine eigenen Überzeugungen, aber ich muss ja auch eine Frau nicht schlecht behandeln, wenn ich es selber nicht will. Aber ich muss das dann dulden, dass es gemacht wird, muss ich dann, in Gottes Namen, kommen, es ist ein anderes Land, ich will mich dort integrieren und das, äh, nicht integrieren, sondern ich will dort leben und dann muss ich halt einfach mal das so machen, wie es in diesem Land einfach so üblich ist. Egal in welches Land, dass ich gehe, wenn, 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 wenn es heißt, ja, äh, ich darf nur in diesem Land geduckt gehen, muss ich geduckt gehen, Ende, aus, Ende, mach ich, Ende, scheiß drauf, dann gehe ich halt mein Leben lang geduckt. Oh mein goodness, wieso habe ich da Kartoffeln drin? Achso, ich bin nur in der Falle, ich habe mich verlaufen. Ähm, dann gehe ich halt mein Leben lang geduckt. Ist zwar blöd, weil geduckt gehen ist natürlich auch so eine Sache, ist nicht unbedingt gesund und, äh, schieß mich tot. Da gibt es mehrere Gründe, aber man muss ja sagen, ähm, wenn man, wenn man, wenn mir das so nicht passt in dem Land, dann gehe ich dort auch nicht hin. In Gottes Namen, da muss ich halt damit rechnen. Und wenn ich jetzt jobmäßig dort zu tun habe und muss, dann, wenn, wenn es mit dem Job hier vorbei ist oder an der Stelle vorbei ist, gehe ich halt dann wieder heim. Ich muss ja nicht, ne, dort bleiben. Es zwingt mich ja keiner, dass ich dort bleiben muss. Ich kann ja auch hingehen, wo ich will. Ich bin ein freier Mensch und, ja, das lasse ich mir natürlich auch nicht nehmen. Aber man muss sich ja doch irgendwo ein bisschen an die Gepflogenheiten der Region anpassen. Auch wenn sie mir nicht passen oder mir nicht so gefallen, äh, dann muss das trotzdem. Das wollte ich jetzt nur einfach mal verdeutlicht haben. Und da muss ich jetzt nicht einfach jemanden niederschlagen, nur weil er hier, äh, eine andere Meinung vertritt und sich dafür einsetzt, dass es eigentlich so bleibt, wie es sein sollte. Ist ja jetzt... Stillstand ist zwar immer nicht so schön, aber, äh, um ehrlich zu sein, so ein Rückschritt wie ins Mittelalter, dass Frauen nichts wert sind, das sollte man auf keinen Fall gehen, also das, äh, kann kommen, was will. So. Und seitdem der Upload hier fertig ist, läuft's auch besser, ne? Muss man einfach mal sagen. Ähm, ja. Das wollte ich jetzt einfach mal raushauen, weil ich das gerade mal so instant im Facebook gelesen hab. Und es einfach jetzt so hammermäßig fand. Das muss einfach mal eingebunden werden. Also, für ihn erstmal Respekt. Finde ich super, dass du dich eingesetzt hast. Ähm, ich hoffe, deinem Beispiel werden noch viele folgen. Damit unser Deutschland so bleibt, wie wir es haben wollen und nicht irgendwie durch Leute verdorben wird, die einfach andere Ansichten haben. Und ich bin auch der Meinung, dass es dann legitim ist, wenn man einen... Wenn er mich schon angreift, dass dann andere nochmal kommen und den dann zusammenschlagen, finde ich legitim. Dann merkt das vielleicht. Aber, um ehrlich zu sein, wenn das jemand merkt, dass jemand mit einer Glasflasche niedergestreckt wurde, da wird dann auch nicht mehr geholfen. Das finde ich dann, äh, schon ein bisschen traurig. Weil, äh, er hat sich eingesetzt, hat Hilfe gebraucht. Und, um ehrlich zu sein, das, das, das... Wenn, wenn einer eine Glasflasche ins Gesicht bekommen hat, das ist too heavy. Da muss man einschreiten. Egal, was es ist. Auch wenn er die angepöbelt hat. Das ist mir Wurst. Da muss man einfach mal so da sein und, Wumms, die erstmal niederstrecken. Festhalten, was ja jeder Deutsche darf. Man darf ja Leute festhalten. Fest nehmen. Festhalten, bis die Polizei gekommen ist. So was darf man. Also jeder Deutsche Bürger. Weil das einfach mal, äh, der... Ding hilft. Der Polizei hilft. Dass sie den nicht extra suchen müssen. Und natürlich auch, äh, dass kein weiterer Schaden mehr entstehen kann. Deswegen einfach mal niederstrecken. Auf den Rücken draufsetzen. Sodass er sich hier nicht mehr wegrühren kann. Irgendwie sowas. Oder einfach mal... Ja, du darfst... Man darf ihn halt nicht wirklich fesseln oder sonst was. Es ist schon wieder strafbar. Das ist ja das nächste. Aber festhalten, im Bereich meiner Möglichkeiten darf ich ihn schon. Das finde ich super, dass das auch wirklich jeder darf. Wenn da was Unrechtens passiert ist. Das finde ich super. Und das sollte man uns auch beibehalten. Und da müsste wirklich geholfen werden. Die dann wirklich sofort in, 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 in Untersuchungshaft. Und dort bleiben sie dann bis zum Gerichtstermin. Weil, äh, das ist schon eine grobe Körperverletzung. Was da einfach mal... Mit einer Heimtücke, wo man einfach sagt, Hey, es ist too much. Nicht nur ein bisschen too much. Das ist too, too much. Also, richtig heavy. Und... Es sollte dann nicht wirklich sein. Und, ja. Ich bin, bin gespannt. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwas mit. Ob die auch irgendwie dann noch, ja... Die Anzeige irgendwie verbrochen haben. Der hat auch ein Liter oder zwei Liter Blut verloren. Auch jede Menge. Muss man ja auch sagen. Ist ja auch kein Pappenspiegel. So zwei Liter einfach mal verlieren, nö. Ist ja nicht unbedingt schön. Und... Ich hoffe halt wirklich, dass sie die kriegen. Und da einfach mal... Wieder ein Exempel statuen. Und nicht nur einfach ein bisschen so... Das macht man nicht. So ein ganz kleiner Tätschelchen. Das ist halt... Die große Gefahr, dass das wieder passiert. Weil im deutschen Rechtsstaat ist halt jeder eine zweite Chance. Ne, ne, ne. Bla, bla, bla. Sülskäse. Aber man muss ja auch irgendwo sehen, wie krass... Äh... Was war. Und das war schon... Echt grob. Also wirklich grob. Wenn man das Bild gesehen hat, was ich ja gesehen habe... Äh... Würde man schon sagen, ja. Ja. Das war schon heavy. Da kann man sich die Schmerzen direkt vorstellen, die er da einfach mal hatte. Das ist halt schon blöd und kacke und schieß mich tot. Deswegen wünsche ich mir wirklich, dass da gut durchgegriffen wird. Wäre ja kacke, wenn nicht. Das ist einfach nur blöd sonst. Ich habe hier schon wieder keine enchantete Schaufel, weil die Schaufeln einfach nicht anständig enchanted werden. Wollte ich jetzt nur mal losgeworden werden. Äh... So. Ich werde auch demnächst, wenn ich mal Zeit habe, auf den Server gehen und einfach nur mal Erfahrungspunkte sammeln. Und... Ja. Da einfach mal loslegen. Dass ich da einfach mal zusammen bekomme. Aber ich will hier jetzt erstmal wieder ein Gebäude hinstellen. Auch wenn die Vorbereitung wieder eine halbe Ewigkeit bei mir dauert. Wie eigentlich üblich bei mir. Und... Ach. Schieß mich tot. So. Die Schaufel ist hin. Haben wir ja noch ein paar. Und es wird eh schon wieder dunkel. So. Die ist auch so halbfertig. So. Da bin ich doch auch schon durchs Gemüse durch. So halbwegs zumindest. Dann kann man das ja alles abtragen. Ei, ei, ei. Eigentlich habe ich noch keinen einzigen Stein gesetzt für mein neues Gebäude. Aber... Naja. Egal. Es hilft nicht. Es hilft einfach nicht. Was mutt, dat mutt. So. Ich mache mir jetzt erstmal nochmal schaufeln. Also erstmal die Kiste hier vollnölen. Ist hier vielleicht in der Kiste noch Kisten? Nö. Das ist nur eine Tür. Täuschen. Nur eine Tür. So. Hier haben wir noch Stücke. Ohne Okay. Bis zum nächsten Mal.